Eine herrliche Sauce ist die Knoblauchsoße. Auch die machen wir hier mit Mayonnaise, frisch gehackter Knoblauch, eine Prise Salz und etwas weißer Pfeffer. Das geben wir da hinein. Man kann natürlich auch, wenn man den frischen Knoblauch nicht so gerne hat, einen getrockneten Knoblauch verwenden. Einfach unterrühren und fertig ist die Sauce. Man kann die wieder verfeinern mit etwas Creme Fresh oder Sauerem. Aber mir schmeckt die so am besten. Ich habe auch lieber den frischen Knoblauch, frisch gehackter Knoblauch. Der ist gesund, auch wenn man ihn riecht. Der macht das Blut sauber. Hilft der Potenz, ganz wichtig. Geri kocht das Beste ganz einfach. Abonniert meinen Kanal. Klickt meine Werbepartner. Ich will Milliardär werden. Okanwech, sehr gut. Vielen Dank.